100, 300 Meter Höhe, plötzlich vorne, grob still, der Pilot gleich auf die Seite, kräftig, ich hab noch einen Holger, kalten, also der wäre nicht rausgezogen, aber der ist plötzlich so in die Seite reingefallen, ich hab richtig anstabt, hab noch schwarz, hab einen festgefallen, dann sind wir an dem Wald, an der Waldkarte, er ist gleich auf einer Läden, das ist wirklich reingemacht, Er ist wirklich, dass man hierher kann, aber die Ich glaube, es ist eine Kouronne, man kann es auf die Seite legen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hallo? Nein, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!